Das Sigma Scope Gold C von Fischer ist ein Handmessgerät zur zerstörungsfreien Echtheitsprüfung von Edelmetallmünzen und Dünnenbarn. Durch die Messung der elektrischen Leitfähigkeit werden Verunreinigungen, falsche Legierungen oder eingeschlossene Fremdmaterialien zuverlässig erkannt. Somit können erhebliche Wertverluste vermieden werden. Durch den Anstieg des Goldpreises sind vermehrt gefälschte Goldbarren und Goldmünzen im Umlauf. Gute Fälschungen sind nicht ohne weiteres zu erkennen. Im Edelmetallhandel fliegen Fälschungen nur auf, wenn diese mit einem geeigneten Verfahren identifiziert werden. Hier kommt das Sigma Scope zum Einsatz. Die Echtheitsprüfung kann direkt vor Ort durchgeführt werden. Selbst umhüllte und folienverpackte Münzen oder kleine Barren können direkt durch die Verpackung hindurch gemessen werden. Der Schutz muss nicht entfernt werden. Während des Abfahrens der Münzoberfläche mit der Sonde werden die Messwerte kontinuierlich erfasst und angezeigt. Eine Fälschung wird sofort erkannt. Wenn die Toleranzgrenzen im Messgerät eingestellt sind, kann auf einen Abgleich mit Tabellen verzichtet werden. Der Sigma Scope Gold zeigt auf Anhieb, dass die Münze keine Fälschung ist. Ansonsten wäre die Anzeige im roten Bereich. Setzen Sie auf die Nummer 1. Setzen Sie auf das Sigma Scope Gold C von Fischer. Auch erhältlich als Sigma Scope Gold B speziell für dickere Goldbarren. Kontaktieren Sie uns. Gerne helfen wir Ihnen weiter.